Ja, wir brauchen ein Korsett. Die Menschheit stammt aus einer Vergangenheit. Hier mal verschiedene Fotos von mir. Die Menschheit stammt aus einer Vergangenheit. Aus einer Vergangenheit, in der sie löwenartig war. Vielleicht fange ich hier mal mit an. Hier sozusagen löwenartige, gorillaartige Vergangenheit. Was machen Löwen und Gorillas? Sie töten Rivalen und sie töten Kinder. Jedenfalls die Löwen, da sieht man das noch ganz deutlich. Löwenmänner töten regelmäßig Rivalen und Kinder, die nicht von ihnen sind. Hier unten rechts an dem rundlichen Ding draufklicken. Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen macht Freude, weil ich ja so langsam rede. Ja, das heißt also, jetzt wurde ein Korsett erfunden von der Evolution, wie man dieses schlechte Tun, diese Tötung, diese Gewalt eindämmen könnte. Und die Erfindung war dann gewesen, dass irgendwann, oder machen wir gleich mal die ganze Geschichte ganz kurz. Wir untersuchen als naturwissenschaftliche Denker, als die eine Instanz, der man noch vertrauen kann. Jetzt gerade eben bei einer Sendung, wem können wir überhaupt noch vertrauen, wenn die Universitäten so eng verfilzt mit den Konzernen sind und alles Propaganda, Manipulation, Gehirnwäsche und Werbung geworden ist. Deswegen gibt es ja Weltrat und Next Scientists for Future, damit es eine Instanz gibt, der man vertrauen kann und wo auch alles diskutiert werden kann, kontrovers alles diskutiert werden kann. Und wo man alle Argumente anbringen kann, im Sinne der freien Argumentekultur und insofern ist das die Instanz, der man vertrauen kann. Und worüber muss man nachdenken im Weltrat? Natürlich über die Evolution der letzten 13,8 Milliarden Jahre, hier Milliarden Jahre, vor 10 Milliarden Jahren ungefähr Entstehung von Galaxien, 5 Milliarden Jahren ungefähr Entstehung unseres Sonnensystems, 3,5 Milliarden Jahre ungefähr Ausweitung von Leben auf der Erde, DNS ähnliches sozusagen. Und dann vor 0,065 Milliarden Jahren, also vor 65 Millionen Jahren Aussterben der großen Dinosaurier, Aufstieg der größer werdenden Säugetiere, weil jetzt Platz war, vor 13,8 Millionen Jahren dann unsere Vorfahren als Gorilla-artige, also immer noch mit Rivalenkampf und Rivalentötungspotenzial sozusagen und dann allmählich U-Übergang in ein Sozialsystem. Hier dann auch nochmal als Eckpfeiler ungefähr, hier müsste der aufrechte Gang vor 5 Millionen Jahren schon ziemlich perfekt gewesen sein. Und dann vor 4 Millionen Jahren dürfte der Umbau, der erste Umbau des Sozialsystems stattgefunden haben, eben unsere Eckzähne zu verlieren. Das bedeutet, dass wir also von einem Sozialsystem, das auf Rivalenkampf basierte, zu einem System des liebevollen, fürsorglichen Schenkens, wir haben ja dieses zwei Bilder von Professor Franz de Waal, das Bild, wo der Bonobo-Mann einen Ast auf dem Boden schlägt und so die Gruppe auffordert, hier vertraut mir, ich weiß gerade, wo ein wunderbarer Fruchtbaum reif ist, folgt mir und dann stellt er sich hin und nimmt die reifsten Früchte des Baumes in die Hände und lässt es sich von den Frauen und Kindern aus der Hand nehmen, sodass er als Schenker gesehen wird, als Beschenkender gesehen wird Und dadurch steigt dann seine Wahrscheinlichkeit, dass er der Vater des nächsten Kindes in der Gruppe wird, dass sein Sex vielleicht noch ein bisschen intensiver ist in der Gruppe Und dann geht die Evolution immer weiter, hier wurden dann die ersten Werkzeugherstellungen begann dann so vor 2,5 Millionen Jahren Und vor 2 Millionen Jahren wurde auch noch die Körpergröße sehr stark angeglichen, sodass dieses alte, der gorillaartig doppelt so schwere Mann fürs Kämpfen mit seinen Eckzehen Und dann sozusagen auf fast 1 zu 1 sozusagen mit dem Gewicht der Frauen runterschrumpfte sozusagen Das sind alles Hinweise darauf, dass jetzt langsam immer doch auch mit dem Rivalenkampf Schluss ist, obwohl man hier natürlich sagen könnte, das kann jetzt auch an der Waffentechnik gelegen haben Und dann vor 1,7 Millionen Jahren die Erfindung, also der Verlust des Fälles ungefähr Und dann vor 400.000 Jahren die Erfindung der Marktwirtschaft mit ihren Vorformen Tausch, Tauschhandel, Markt, Ferntauschhandel Das sind die Kernelemente aller marktwirtschaftlichen Geschehens Und damit hatten wir dann diesen Fehler gemacht, denn wir hatten vorher das Korsett, dass die Frauen geguckt haben, ob der Mann sie gut beschenkt, ob die Männer in der Gruppe Achso, ich muss erstmal schildern, also hier hatten wir dann wohl Gruppen von 150 Individuen Ich schätze jetzt einfach mal 40 Frauen, 40 Männer 40 Frauen, die mit 40 Frauen Sex haben und mit 40 Männern, also mit 80 Erwachsenen Sex haben Und vielleicht 70 Kinder, wobei ja da dann auch die Jungs, die da heranwachsen Ja dann auch wieder Sex mit allen anderen Frauen außer ihrer Mutter haben können in der Kommune Und ja, von daher letztendlich ein Befriedungsweg, ein Befriedigungsweg, also Überbefriedigung zur Befriedung Also die Evolution hat gewählt, aha, wir müssen ein Korsett machen, damit diese Rivalentötungen und Kindertötungen aufhören Und auch damit das Kindertöten durch andere Frauen aufhört, ja Da müssen wir ein Korsett machen und das Korsett heißt Wir zahlen einen Preis, der Preis mit den Kindertötungen und Rivalentötungen ist hoch Und dann hat sich einfach durchgesetzt in der Evolution ein System, was einen etwas geringeren Preis zahlen muss Nämlich den hohen Preis einer ausgeweiteten Sexualität Und dann steht, dass plötzlich die Frauen mit allen anderen Frauen Sex haben Weil die Frauen kommen aus den Nachbargemeinschaften, um den Inzest zu vermeiden Und die Männer bleiben alle immer in der Gruppe, sodass sie alle miteinander verwandt sind Dann kommt man mit einem kleineren Ausmaß homoerotischer und homosexueller Handlungen bei den Männern aus Weil wer sowieso miteinander verwandt ist, braucht nicht viel Sex, um einander sympathisch zu empfinden gegenüber Also um positiv und aggressionsfrei zu empfinden Ja, also Ein Onkel tötet selten seinen Neffen Und Cousins wenden selten Gewalt gegenüber einander an und so weiter Aber die Frauen sind Fremde und die könnten dann wieder die Kinder der anderen Frauen töten Es sei denn, sie lieben sich als erstes ein Haben Sex mit allen 40 Frauen, sodass dann ein Liebesband die Kindstötungstendenzen mäßigt Und unterbindet sozusagen Und wenn dann diese neu kommenden Frauen sich auch einlieben bei den Männern Und dann diese 40 Frauen, also ständig Sex auch mit den 40 Männern haben Dann sind diese auch in Liebesgefühle eingebunden Und vor allem wissen sie nicht mehr, wer der Vater welches Kind es ist Und dann sozusagen Ja, und dann können die auch keine Kinder mehr töten Sondern müssen im Gegenteil dazu Alle 40 Männer müssen sich als vollständig, als Vater jedes der 70 Kinder verstehen Und das ist dann ein funktionierendes Sozialsystem Und anscheinend sind wir dafür genetisch programmiert Und das ist ein Korsett Das ist ein Korsettsystem, das uns gegen Gewalt, gegen Rivalentötung und Kindertötung gut und zuverlässig geschützt hat Und wahrscheinlich müssen wir, wenn wir dann über die Gemeinwohlwirtschaft Also hier haben wir jetzt die Marktwirtschaft erfunden Hätten aber unbedingt die Gemeinwohlwirtschaft erfinden müssen Denn jetzt hat die Marktwirtschaft ihre Zähne gezeigt Nämlich, dass sie gar kein Interesse daran hatte Dieses liebevolle Korsett aufrecht zu erhalten Denn dann konsumieren die Kunden zu wenig Und deswegen hat dann quasi hier Ist der Ablauf folgender gewesen Dass dann eben Vor Jahrhunderttausend Jahren ist hier ruht Vor vierhunderttausend Jahren also die Erfindung der Marktwirtschaft Damit die Tendenz zur Zerstörung der Gruppenehe Der polyamoren, weiblich-bisexuellen Gruppenehe Der urmaterialien, pazifistischen, bonoboschenker-kommunistischen Gruppenehe Diese wurde zerstört, weil die Händler die Menschen nicht glücklich und sexuell befriedigt brauchten Sondern unbefriedigt und kaufsüchtig, konsumsüchtig und shoppingsüchtig Das habe ich aber schon Millionen Mal detailliert erklärt Und ja, und dadurch Dann vor Etwa dreihunderttausend Jahren Sagt ein Professor wurde dann schon der Ferntauschhandel erfunden Das wäre dann also dann Und dann vor Ja Zweihunderttausend Jahren Was ist das? Vor zweihunderttausend Jahren Was war das nochmal? Na auf jeden Fall vor 140 Ach nee, das war vor 170.000 Jahren So Aufkommen eventuell der ersten Schamanen Und Frühärzte und so Und Religion und so weiter Also dieser ganze Komplex Religiöses, Schamanistisches, Frühärztemäßiges Vor 170.000 Jahren Dann eben vor 140.000 Jahren Spätestens das Sagt Professor Friedemann Schrenk Die Erfindung des Tauschhandels Ferntauschhandels Des Ferntauschhandels Ja, der Tauschhandel war sicherlich sehr viel früher Also irgendwann zwischen 140.000 und 400.000 Jahren Muss ja der Ferntauschhandel erfunden worden sein vielleicht Und dann vor 100.000 Jahren Das Verlassen Afrikas Von unseren Urgroßeltern Also den Homo Sapiens Also hier ja auch dann schon Homo Sapiens Also Ferntauschhandel Dieser eine Professor benennt ja Die Erfindung des Ferntauschhandels dann Wenn man auch sagt, dass man es mit Homo Sapiens zu tun hat Also vielleicht der Homo Mercator Oder der Ferntauschhandelnde Mensch Vor 300.000 Jahren Wäre der bessere Name gewesen als Homo Sapiens Denn Sapiens war er ja nie gewesen Ja und dann vor 40.000 Jahren Erfindung von Geld Und langsames Aufkommen von Ackerbau und Viehzucht Und gleichzeitig Anfang des Kippens der Gehirnevolution Die Marktwirtschaft fängt an Über alle ihre zerstörerischen Dinge Auch die Gehirnevolution zu beschädigen Und führt zum Rückgang des Gehirns Also sodass wir Ja eben Vor 40.000 Jahren Es anfing, dass wir degenerierten Und 150 Milliliter Gehirnsubstanz verloren Und auch Anfangs dann vor 10.000 Jahren Vor 10.000 Jahren Und hier auch letztendlich Durch die Explosion von Ackerbau und Viehzucht Alle Seuchen aufkamen Und wir körperlich degenerierten Weil diese krankmachende Kunstnahrung Uns natürlich nicht bekommen ist Und so wie heute auch Wir ja immer kränker werden Durch diese immer billiger werdende Massenkunstnahrung Ja und das heißt also Das heißt die Marktwirtschaft Hat jetzt quasi unser Korsett zerstört Nämlich diese liebevolle Gemeinschaft In der die Frauen über das Gute tun Der Männer in der Gemeinschaft wachen Über das Schenken Und die Männer danach beurteilen Und danach ihre Liebesgunst verschenken Und verteilen und vergeben Und ja eben das heißt Und dieses Korsett Ja wir hätten also damals Eigentlich unbedingt Die Gemeinwohlökonomie erfinden müssen Statt der Ja ich gucke gerade mal hier Das ist jetzt die Partei des Gemeinwohls Wir hätten also damals Vor 400.000 Jahren Statt allmählich Die Marktwirtschaft zu erfinden Hätten wir unbedingt Die Gemeinwohlwirtschaft Die Gemeinwohlökonomie Die Gemeinwohlwirtschaft Die Gemeinwohlwirtschaft erfinden müssen Damit wir weiterhin ein Korsett haben Das uns davor schützt Wieder in schlechtes Tun zurückzufallen Als Menschen Denn Das schlechte Tun Also das ist ja auch so Wenn wir hier also sozusagen Gemeinschaften beraten Gemeinwohlgemeinschaften Supervidieren und beraten Kostenlos Dann eben auch wieder so Wie wir uns das vorstellen Wenn durch die Gemeinwohlwirtschaft Die Hausärzte sich umwandeln In Hausarztgesundheitsgemeinschaften Und dann eben auch die Leute anleiten Wieder in Gemeinschaften zu leben Damit sie noch gesünder Und noch glücklicher werden Und dann eben auch wieder In dieses In diese Naturlebensform Der Menschheit Der Urmatriarchalen Pazifistischen Bonoboschenker Kommunistischen Polyamoren Weiblich Bisexuellen Gruppenehe Wieder zurückkommen Jetzt habe ich mal einen Namen Aus den zwei Namen gemacht Und Und die Ja die Gemeinwohlwirtschaft Hätte eben diesen Negativ-Evolutionsprozess Hier die Partei des Gemeinwohls Die erste Gemeinwohlwirtschaftspartei der Erde Deutschland als erster echte Gemeinwohlstaat Das ist die politische Lösungsmöglichkeit Und die Ja letztendlich Ist der entscheidende Fehler Eben dass in der Marktwirtschaft Eben die Gemeinwohlwirtschaft Verhindert das Aber in der Marktwirtschaft Ist ein Irrtum Werden Irrtümer profitabel Also Unwahrheiten Werden profitabel In der Gemeinwohlwirtschaft Führen sie zum Ruin Der Firma Aber eben Im Also wenn der Früharzt Und Frühhändler Solche Irrtümer aufbringt Nein ihr könnt ruhig meine Völlig denaturierten Chemiecocktails Essen Die sind genauso Gesund wie das Naturbelassene Und wenn er diesen Irrtum glaubt Und glaubwürdig Rüberbringt Und dann auch noch So Irrtümer mitbringt Oh ekelhaft Eure Gruppenehe Das ist ja viel zu viel Sex und Körperkontakt Das ist ja widerlich Hört auf damit Das ist ja Da werdet ihr erkrank Das ist ja Ekelhaft und so weiter Und wenn er das alles Überzeugend Und immer wieder rüberbringt Dann werden die Menschen Unglücklich Und kaufsichtig Gegenüber seinem Nahrungsmüll Und seinem anderen Industrie Sondermüll sozusagen Der billig hergestellt Werden kann Der naturbelassene Früharzt und Frühhändler Wird auskonkurriert Wird stirbt aus Hat keine Überlebenschance Mehr in der Marktwirtschaft Und der Der sich irrt Mit seinen Vorteil Bringenden Irrtümer Kann also hier Viele leibliche Nachfahren ernähren Eine ganze Dynastie aufmachen Und dann viele Geistige Nachfahren gewinnen Bis hier auch Akademien und Universitäten Gegründet werden Und dann seine Vorteilbringenden Irrtümer In den Universitäten Gelehrt werden Wie wir es ja heute haben Und Dadurch ist dann Die ganze Menschheit Einer unendlichen Gehirnwäsche Unterlegen Also dann Die Lösung Sieht eben so aus Ja wenn man mit Gemeinwohl Wirtschaftlichen Mitteln Letztendlich Wohlfühlen Gesundheit Langlebigkeit Und Wohlstand Weltrat und Jahre Elend hinter uns Motive die hinter der Faszination dieser Pseudokommunistischen Ideologien stecken Ja und Und die Neoliberale Neoliberale Marktradikale Bösartige Patriarchale Kapitalistische Soziale Marktwirtschaft Deren Ehr zerstörende Und lebenszerstörende Wirkung Sehen wir ja Sehen wir ja gerade Ja und deswegen Denn Wenn man die Wenn man nicht Gemeinwohlwirtschaft Macht Dann kommt das halt Zur Diktatur Der Sparten Also die alle Sparten der Gesellschaft Fangen an Die Sozialsparten Die Weltsozialsparten Now Die fangen an Alle die Den Rest der Welt Durch Vorteilbringende Irrtümer der eigenen Sparte in Kundschaft zu Verwandeln Und so werden Dann eben Kommt es zu einer Gehirnwäsche Es sind Geldflüsse Richtung Politiker Parteien Spielfilmer Macher Journalisten Und Universitäten Also alles was Geistige Gehirnwäsche Machen kann Da fließen Gelder hin Und die Vorteilbringenden Irrtümer Und quasi Überleben kann Hier in diesem Bereich Der besonders Gut der Der die Vorteilbringenden Irrtümer Der Sparten Bereitwillig Aufgesogen hat Und der macht Dann die Größten Karrieren In diesem Bereich Und so Haben wir Ein teuflisches System Die Marktwirtschaft Als ständige Diktatur Als versteckte Pseudodemokratische Diktatur Der Sparten Ja und Und so Haben wir Also Ja da könnte man noch viel sagen Aber das reicht erst einmal Also Es gibt diese zwei Möglichkeiten Des Korsetts Wir haben Wir brauchen entweder Das Korsett der Gemeinwohlwirtschaft Ja das Das Korsett der Gemeinwohlwirtschaft Gemeinwohlökonomie Gemeinwohlwirtschaft Als Wobei man wie gesagt Kontrovers diskutieren muss Die Gemeinwohlökonomie Ist nicht so effizient Wie die Gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung GWO Der Next Scientists For Future Und des Weltrates Aber Aber generell Gemeinwohlökonomie Und Gemeinwohlwirtschaft Sind ja auf dem richtigen Wege Man könnte hier jetzt noch Sage zeigen Kurz Ja Meilenstein Die erste ZDF Sendung Wo eben Gemeinwohlökonomie Erwähnt wird Hier die drei Stellen Und die wichtigsten drei Stellen In dieser Sendung Bei Arte Die erste Sendung Wo immer wieder Gemeinwohlökonomie Erwähnt wird Und dann eine Ganz brauchbare Relativ neue Rede von Von Felber über die Gemeinwohlökonomie Und Ja also Wobei wie gesagt Wir der Meinung sind Die GWO Ist natürlich noch Effizienter Als die GWÖ Aber das kann man alles Diskutieren Oder man muss auch Die GWL noch Und die GWÖ Und die GWG Also generell Alle Systeme Mal diskutieren Und ja Und so haben wir also Da liegt die Lösung Also Es braucht Entweder das Korsett Der urmatriarchalen Pazifistischen Bonoboschenker Kommunistischen Polyamoren Bisexuellen Gruppen Weiblich Bisexuellen Gruppenehe Das ist ein Korsett Das eben Auch gerade Den Mechanismus Der Selbsttäuschung Unterbindet Denn das ist ja das Was die Geisteswissenschaftler Ja eben Vermuten Man könne Der Mensch könne Irgendwie so viel Geisteskraft Entfalten Dass er also In diesen Selbsttäuschungsmechanismus Oder In den Mechanismus Irrtümer Zu glauben Eben weil sie Milliarden an Geldern bringen Zum Beispiel Weil sie riesigen Profit bringen Das könne der Mensch Kraft des Geistes Überwinden Aber da bin ich Nicht so Zuverlässigtlich Weil Das Gehirn In der Evolution Eben ein Instrument ist Um an möglichst Viele Ressourcen Rand zu kommen Und wenn ein Irrtum Wahnsinnig Viel Ressourcen Zugang Ermöglicht Dann hat das Gehirn Wahrscheinlich Es schwer Tut sich schwer Damit Sozusagen Über Appelle An das Ethisch Moralische Gewissen Und Bewusstsein Und so weiter Da wirklich Alle Selbsttäuschung Und Selbstbetrug Und damit auch Den Fremdbetrug Sozusagen Zu durchschauen Ich habe dafür 20 Jahre Gebraucht Also Wenn so Leute Wie ich Ich war ja damit Insgesamt 30 Jahre Mitläufer Der Gesellschaft Indem ich Sozusagen Alles Geglaubt Habe Was man Mir an Den Universitäten Gelehrt Hat Weil Wenn Wenn die Evolution Der Fehlentwicklung Schon Hunderttausende Jahre Läuft Dann haben sich Natürlich Vorteilbringende Irrtümer Herausgebildet Die Natürlich Überzeugend Scheinen Die Also Wenn man Im Gesundheitswesen Studiert Ja Das Das sind Irrtümer Die Ja So Schein Rational Klingen Ja Und Ja So Realistisch Und Überzeugend Drüber Kommen Obwohl Sie Unwahrheiten Sind Und Wenn ich Dafür 30 Jahre Gebraucht Habe Dann Brauchen Viele Andere Menschen Dafür 1000 Jahre Und So Lange Leben Sie Gar Nicht Dass Sie Das Durchschauen Könnten Und Das Heißt In Allen Wichtigen Jahrzehnten Des Lebens Sind Die Leute Machen Sie Mit In Den Irrtümern Und Mit den Vorteil Bringenden Irrtümern Und Deswegen Ja Sozusagen Bleibt Uns Nichts Anderes Übrig Als Entweder So weit Auszusteigen Und Jetzt In Diesen Urmaterialien Pazifistischen Wodoboschenka Kommunistischen Polyamoren Weiblich Bisexuellen Gruppen Ehen In diesem Korsett Zu leben Was Uns Schützt Vor Brutalität Und Grausamkeit Gegenüber Kindern Und Rivalen Und Ja Oder Wir Führen Eben Gesamtgesellschaftlich Die Gemeinwohl Wirtschaft Sofort Ein Und Dann Wären Wir Auch Innerhalb Kürzester Zeit Wären Die Vorteilbringenden Irrtümer Alle Entlarvt Und Niemand Hätte Mehr Ein Interesse Sie Zu Verteidigen Und Aufrecht Zuerhalten Weil Niemand Mehr Davon Profitieren Kann Weil Man Wenn Man Die Vorteilbringenden Irrtümer Die Früher Vorteilbringenden Irrtümer Dann Verteidigt Dann Denn die In der Gemeinwohlwirtschaft Werden ja aus Vorteilbringenden Irrtümer Nachteilbringende Irrtümer Und Die Vorher Nachteilbringenden Wahrheiten Werden Zu Vorteilbringenden Wahrheiten Und Dann Hat Niemand Mehr Ein Interesse An Aufrechterhaltung All Dieser Irrtümer Und Dann Verschwinden Die Irrtümer Und Werden Auf Ein Ja Auf Ein Menschliches Maß Zurück Gedrängt Irrtümer Passieren Wie Mutationen Natürlich Auch Immer Wieder Mal Aber Werden Dann Immer Schnell Entlarvt Und Setzen Sich Nicht Durch Weil Mit Den Neu Aufkommenden Irrtümern Diesmal Dann Keine Riesen Profite Mehr Gemacht Werden Können Ja Und Deswegen Heißt So Die Lösung Ja Also Ich Glaube Das War Es Mal Für Jetzt Tschüss Bis Bald